3 wenn man sich den Konzept ach schau her und die neue Waffe die Freiburg schaue ich schon vorstet mit denn jetzt haben alle Römer der Maywelle der 1 1,1 Prozent bin ich glücklich Hermann Meier irgendwo ist er glaube ich nur irgendwo was. Ja, Bogen vielleicht, weil wenn dort Pfeile sind, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, die Audiobearbeitung, die Schmatzer. Natürlich machen wir. Primär, self-minecaring. Da sind sie aber gefallen, die Typen, glaube ich. Da geht's auch noch irgendwo hin. Schaut da leicht auch was. Da kann ich mich aufladen, hm? Hm, das ist irgendwas anders, glaube ich. So ein Scheiß. Ich will mich aufladen. Mal schauen, vielleicht findest du noch was anderes. Es ist einfach furchtbar, wenn man redet, dann schmatzt man einfach sehr viel. Reaper-Kanone. Oh. Ja. Das ist natürlich schön. Ist nicht die Frage, ob du die Reaper-Kanone brauchst für den self-minecaring. Wo ist sie jetzt? Mei, das ist immer so schass, dass der die abwirft. Immer. Ja, dann kaltzt du halt. Okay. Kaltzt du halt auf? Ja, ja, ja. Kann ich mich jetzt aufladen, hm? Nein. Scheiß. Was? Scheiß. Irgendwann hat der Hardware entdeckt. Oh, da steht auch irgendwas unten. So, eh. Ich kenne dich ja zu, wie, oder? Da ist auch noch irgendwas. Da blinkt ja auch noch irgendwas um und an. Das ist wieder das gleiche, okay. Schade. Ah, lauf! Achso, das hat Minen. Mhm. Ja, das würde ich mir nicht mit der Kanone machen. Ja, aber wenn ich es wieder wechseln, ist es wieder weg. Na ja, dann liegt es an dem Boden, oder? Ja. Na, schön. Da geht da. Schön im Thermalvisier. Ja. Ja. Was hab ich bei der eigentlich? Die ist schön angeschnitten jetzt. Ah, ja. 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 Scheiss mit der Puffen her so ganz komischer Sound das ist so ein Blitzkanon oder so ja, wegen sowas, ja mit irgendeinem Plasmakern oder sowas ja, ah, ah, schau dir die Puffen mal an mhm, stimmt ja ja, die ist etwas besonderes ja, das auch ah, da ist die sind einfach runtergerutscht da habe ich einen ja da habe ich einen und die Reaper, oder? also nein ah, so hast du sie hacken können der Visor geht eh ah ja, jetzt geht er auf einmal ja ja, man wusste nie, gell was war so ein Fremder du, so schaut's aus so, da sind wir mal safe Reaper Frage runter, oder? da liegt auch noch eine Waffe ja grunt grunt ok, grunt heißen die 1 Meter alter komm probieren wir mal Nein, der ist geschützter wieder. Ah, da passiert nichts. Dicksau. Sentry, Punktverteidigung ist das. Ja, die schießt man... In den Hinterkopf. Ja. Sehr schön. Da kann ich mich aufladen. Genau so schaut's aus. Da ist wahrscheinlich wieder... Pinkgewehr, Plasma-Kompressor. Seth-Waffe. Da gehen wir hin, glaube ich. Die hätte nämlich 450 Schuss. Und bei der anderen, bei der Reaper-Kanone... Ja, die hat halt einzelne fette Schuss. Ah, die hat die Ding, gell, die... Die Reaper-Kanone. Ja, du wusstest, was die quasi die Granaden aussehen, oder? Genau. Da war die da oben, glaube ich, cooler. Ja, ja, ja. Die haben wir uns. Das ist nicht dasselbe. Na, schnall aber gleich aus. Der Sepp-Waffen halt. Ah, das ist die. Da ist es Pinchgewehr, die Sniper. Nein, nein. Nein, nein. Wo? Schau mal da hinten ab, was da abgeht. Ja, die eine ist... Ja, die erledigte Arbeit für die. Ja, genau. Schön. Da oben war noch was. Na ja, Minen. Ach so, das sind Minen. Plasma-Mine von Seth. Und noch was war zum Hecken da oben. Ja? Skorcher. Ja, das ist der... Die scheiß Viecher, was da liegt da. Oh, da liegt auch noch eine. Plasma-Kompressor. Seth, 450 Schuss pro Minute. Ehrlich, was ich jetzt gerade habe, ist das. Okay, und da hinten ist der Minencarrier oder wie? What the fuck, was ist das für ein Ding, ey? Also der gehört jetzt eh uns. Der gehört uns, ja. Da hinten schießt man einen umeinander. Dann holen wir jetzt einmal die Aufladungsdinge da unten. So schaut's aus. Genau. Und dann rennst du mit... Du kannst den eh da rechts holen, oder? Dann überheben da gerade. Äh, vielleicht ist das wieder so ein Bosskampf jetzt. Nein, jetzt lege ich es wieder an. Hast du das eh, oder? Nein, ist was anderes. Nein, das ist die andere. Nein, 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 nein. Da warst du gut. Ja, das ist eh... Ah, nee, nee, nein, 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 nein. Und dann geh halt ab. Meine Güte nur, man muss auch gerne, oder? Kann mir auch nicht aufloten, oder was? Ja, wahrscheinlich noch nicht, weil der Anzug noch nicht geht. Seul dich aber auf Pinchgewehr. Und dann renn wir mal zu. Vielleicht geht dann der Anzug wieder. Was soll ich jetzt durchlaufen, was? Start, Tobi! Rush Hour! Liegt einer gleich blündern. Wenn's ginge, ja. Mag ich heim? So weit die die wir gehabt haben vorn oben. Weeper-Kanone. Schau. Ich glaub schon. So seht's da einige, oder wie? Ja, es scheint so. Da ist das Ziel. 20 Meter. Lauf mir da rein da. Ja. Die Zukunft gezeigt. Was wird nötig sein? Muss ich mehr zum Sepp werden als die Sepp? Ole. Was wirst du dann tun? Ach du Heiland. Was schießt du? Da hat schon wieder auf uns geschossen. Ole. Ich hab die externe Energiequelle aktiviert. Ah, der Anzug geht wieder. Jetzt bist du aufgeladen. Warum kommst du nicht raus und stellst dich? Gut, dass ich den zuerst schon keckt hab. Tiefer in Höhle vordringen. Ja, lass ihn ein bisschen arbeiten für dich. Was kommt denn da alles aus? Wo ist denn das Ziel? Auch der links oben ist. Oh. Oh, das sind ein paar. Oh, 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 oh. Oh, der hilft mir ganz gut. Ja, ja. Der geht ganz gut. Oh, rechts, rechts. Recht oben. Was ist da? Was war da? Noch weiter rechts. Oh. Ich glaub ein bisschen musst du auch was tun. Ich sehg's nicht einmal wo die sind. Okay. Was? Du bist der Anzug ist nicht mehr gescheit aufgeladen. Gefahr groß. Für dich ist da sich nix tun. Die Energie. Ich brauche mehr. Ja, ja. Kriegst du lieber Prophet? Jawohl. Nein. Geht nicht. Doch, ich arbeite eh. Nimm das Pinchgewehr. Jawohl. Sieg's eh. Bist eh aufgeladen. Ja, war ja zuerst da so. Nein. Ah, das war das Unzerstörbare. Okay. Iho. Ist, glaub ich, gescheiter, ja. Ich bin kein Problem. Ja.